Oh mein Gott Leute, haben wir heute einen heftigen neuen Glider drin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop. Wie immer stelle ich euch auch heute wieder den neuen Shop hier in Fortnite vor, wo sich wieder beide Seiten geupdatet haben und wir haben auch einen neuen Glider reinbekommen und zwar den Farmballon, der wurde hier zum Farmbomber Set hinzugefügt, ist also quasi wieder wie gestern eine Erweiterung von dem Set. Ich stelle das Set als erstes mal schnell vor, das ist der Farmbomber, richtig geiler Skin, dazu noch der männliche, nämlich der Farbenkanonier, er ist episch und hat dafür einen Backpack, den sie nicht hat, also es sind mal unterschiedliche Farben hier in einem Set, beides richtig geile Skins, kann ich auf jeden Fall empfehlen, für mich so die ikonischsten Skins in Fortnite, wenn ich an Fortnite denke, dann vor allen Dingen an diese Skins hier, genauso wie an die Hacke, Regenbogenwucht, auch eine richtig geile Hacke mit diesem Sound. Und dieses Horn beginnt ja auch noch so zu leuchten, wenn man ein paar Kills gemacht hat, ich glaube zwei Kills, dann beginnt es so zu glühen, also auch eine richtig geile Hacke, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ich in Fortnite wahrscheinlich eine Hacke empfehlen würde, dann entweder die Sensenhacke oder die Regenbogenwucht, eigentlich die Top 2 Hacken, die es im Fortnite Shop gibt, kann man also auf jeden Fall holen. Und dieses schon jetzt so ziemlich geile Set wurde heute noch erweitert, um einen richtig geilen neuen Gleiter, um den Farbenballon für 1200 V-Bucks, ist einfach so ein riesig fettes Lama, so ein Lama-Ballon, richtig geiler Gleiter, gefällt mir sehr, sehr gut, passt auch einfach super zu diesem übertriebenen Lama-Regenbogen-Thema hier in Fortnite. Also ja, sehr, sehr geiler Gleiter, kann ich sehr empfehlen, werde ich mir jetzt direkt holen und ich werde ihn auch wieder verlosen, das heißt also, wenn ihr diesen Gleiter heute kostenlos bekommen wollt, einfach nur kurz in den Fortnite Shop gehen und dort Snoxy als Creator eintragen. Alle Leute, die dann bis heute Abend dort Snoxy nochmal neu als Creator hinzugefügt haben, die können dann heute diesen neuen Gleiter hier gewinnen, einfach mega, mega geiler Gleiter. Also macht unbedingt mit, tragt Snoxy dort auf Ehre als Creator nochmal neu ein, alle 14 Tage resetet sich das Jahr, also geht gerne nochmal rein, dauert ja nur wenige Sekunden und wird mich halt mega, mega supporten. Deswegen vielen Dank an jeden, der Snoxy als Creator-Code verwendet und ja, dann kommen wir schon zum zweiten Slot, ich warte mal auf die Skins oder obwohl, wir fangen einfach mit dem Schnellotastisch-Gleiter an, warum hier die Wartezeit, das ist der Gleiter. Ich habe ihn mir noch nicht gekauft, aber ich habe es ein bisschen bereut und ich werde ihn mir heute holen, denn zum letzten Vorstellungsvideo von den Top-5-Skin-Kombinationen, wo bald wieder auch ein Video zu kommen wird, da hat mir dieser Gleiter gefehlt, den habe ich eigentlich gebraucht für ein, für eine Kombo und da habe ich gedacht, boah, warum habe ich mir den nicht geholt, weil er schaut eigentlich gar nicht schlecht aus. Für fünf von den Wibachs auf jeden Fall noch okay, aber jetzt auch, wie gesagt, halt nichts so krass Besonderes. Dann haben wir auf jeden Fall noch die beiden Skins drin, auch sehr, sehr coole Skins, vor allen Dingen der weibliche hier, man kann ja von denen auch die Kopfbedeckung abnehmen, daran sieht man halt, ihre Haare ist beim männlichen Skin auch so, den sehen wir hier. Der hat auf dem Rücken so eine Fahne, so ein Banner, ja, ist eigentlich ganz in Ordnung, aber mir gefällt persönlich der weibliche Skin auf jeden Fall besser. Und als letztes haben wir dann noch die Hacke drin, nämlich die Katzenkralle für 800 Wibachs, die ist auf jeden Fall auch ganz cool, hier ist nochmal der Sound dazu, zack. Und, ja, dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops, wenn euch die Daily Shop Serie gefällt, lasst mir gerne jetzt mal schnell einen Daumen nach oben da, mal schauen, ob wir heute auch wieder die 3000 Likes knacken. Und, ja, dann kommen wir schon zum ersten Slot, dort haben wir erstmal den Wolkenschlag drin für 1200 Wibachs, so ein animierter Gleiter, man sieht hier schon auf der Oberfläche, kommen immer so Blitze, finde ich ein bisschen teuer für 1200 Wibachs oder so, das ist schon ordentlich. Dafür, dass der ja nur dieses Standardmodell hat, also vielleicht so 800 wären gut gewesen, da hätte ich den sehr empfohlen, so würde ich ihn nur mittelmäßig empfehlen. Dann haben wir noch die Einsatzleiterin drin, ein Skin, der irgendwie nicht so besonders beliebt ist, aber ich fand den eigentlich immer ziemlich nice, keine Ahnung, irgendwie kam der bei den Leuten anscheinend nicht so gut an. Also, falls ihr einen Skin sucht, der eigentlich trotzdem ziemlich cool ausschaut, aber nicht so oft gespielt wird, dann würde ich sagen, Einsatzleiterin auf jeden Fall nicer, nicer Skin. Dazu bekommt man auch diesen Backpack, der ja anzeigt, wie viel Schaden man im Spiel gemacht hat, also noch ein reaktiver Backpack dazu und das für 1200 Wibachs ist absolut in Ordnung, auf jeden Fall besser hier als der Wolkenschlag. Dann haben wir noch die Spektralhacke drin für 800 Wibachs, ja, ich weiß nicht, es ist halt eine ganz coole Hacke, dieser Leuchteffekt ist ganz nice. Ich habe sie früher relativ gerne gespielt, aber inzwischen gibt es einfach viele deutlich cooler Hacken, deswegen spiele ich sie aktuell fast kaum noch, also, ja, würde ich jetzt auch nicht so besonders empfehlen. Und in der zweiten Reihe haben wir dann das wahre Herz. Mit einer ziemlich coolen Melodie, die gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Waffenexperten drin, ich finde den Helm immer noch ziemlich nice, das Outfit ist ein bisschen mehr casual, aber das ist an sich ja nicht schlimm, also, den Skin finde ich auf jeden Fall schick gemacht. Und im letzten Slot haben wir dann auch die T-Pose drin, ähm, finde ich zum Treuen der Gegner ganz nice, ist, wenn man sich halt hinstellt und so tut, als wird man zum Beispiel eine Vogelscheuche oder so, ähm, das finde ich ganz cool, sonst ist der Emote relativ useless, ähm, aber ich habe ihn allein dafür halt schon ein paar Mal verwendet, also, die 200 Wibachs waren dafür noch okay, also bereue ich jetzt nicht den, den, äh, den Gleiter, den Emote gekauft zu haben. Und, ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, wenn ihr heute den neuen Gleiter gewinnen wollt, einfach nochmal Snoxy hier neu als Creator im Shop hinzufügen, kann man groß und klein schreiben, das ist vollkommen egal. Könnt ihr, ups, nicht Snoxy, sondern Snoxy, könnt ihr einfach nochmal neu hier reinschreiben und auf Annehmen klicken, auf Ehre, wäre natürlich mega ehrenhaft, falls ihr dort meinen Code verwendet. Und, ja, dann sage ich vielen Dank und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch schnell abonnieren und wie immer auch rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet und auf die Endcard blende ich euch nochmal ein Video von gestern ein. Falls ihr das also noch nicht gesehen habt, klickt einfach mal hier schnell drauf und, äh, da habe ich über ein paar Updates geredet, also, ja, falls ihr alle neuen Neuerungen, neuen Neuerungen erfahren wollt, klickt einfach mal hier drauf und, ja, dann hören wir uns dort. Tschüss!